Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich habe gerade wieder Spellforce im Kopf gehabt, ich weiß nicht warum. Gut, wir machen bei Mass Effect 2 weiter. Hier im Turm. Oder zumindest, ja, also wir sind beim Turm, wir sind noch nicht ganz drin, glaube ich. Wir sind so ein bisschen davor, wo das zumindest da so unten, glaube ich. Da sind wir schon drin. Aber wahrscheinlich sind wir schon dran. Zumindest gehen wir da jetzt ein bisschen weiter rein. Ne. Ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Echt mal, schnapp ihn dir. Bewegt deinen Arsch da rein. Nessana bezahlt dich nicht fürs rumstehen. Na gut, aber ich. Gibt er? Äh, der ist tot. Was soll das? Was ist das für ein Quatsch? Das macht keinen Sinn. Das macht noch weniger Sinn, weil da ist es eigentlich eine Lüftung, dass er rausgefallen. Und wie kann er da... Ja, ich verstehe es nicht. Okay. Oh nein, da sind welche. Betäubungsschuss bereit. Ja. Das müsste sie ausbremsen. Echt mal, das müsste sie ausbremsen. So ist das. Oh nein, eine Barriere. Muss ich da jetzt auch mal eine Waffe wechseln? Ich will das nicht unbedingt machen. Äh, ich denke da so ein... Ja. Genau, Gareth, ja. Oh, oh nein. Oh, nö. Oh, nö. Oh, ich hab's vermisst mit ihm. Einer weniger, Gareth. Mach weiter so. Das ist gut. Denn ich weiß ja nicht, dass einer gestorben ist gerade. Das sehe ich nicht. Oh, nö. Oh, nö. Gott, noch mal. Nein, nicht im Weg. Mach doch das. Ihr stirbt gleich, oder? Ah, ne. Na doch. Also toll, ich mag es nicht. Das wird ein harter Treffer. Oh, 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 oh. Nicht so risky sein, ja? Oh. Oh, das wird gut aus. Äh, geradeaus oder hier lang? Ja, hier lang nicht, das heißt also? Das ist so ein Special-Raum, oder? Ja. Mega-Special. Einmal im Kreis gelaufen. Oh, scheiße. Gehen wir ab. Oh, nein. Oh, nein. Gehen wir uns mal die Schelde durch. Ein Geschenk für dich. Na? Schau mal an, ne. Ich kann auch anders. Jetzt siehst du mich. Fünfzehn Boden. Äh, ähm, ich wurde teleportiert. Oder was war das? Ne, wo ich mich. Das war nur ganz komisch. Gerade. Huh. Nicht schön, würde ich mal sagen. Und unten bleiben. Jetzt haben wir aber alles, oder? Ich glaube schon. Dann machen wir mal hier jetzt Safety-Safe, obwohl wahrscheinlich die Tür jetzt auch gleich ein Autosave auslösen wird. Na, natürlich. Das ist ja draußen auf dem Präsentierten. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht, Gareth. Nun, Andeckung fehlt's nicht. Mezanin, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Schneller! Nein! Nein! Jetzt siehst du mich. Und die sagen das noch. Scheiße. Ne. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierten. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht, Gareth. Warte, ich muss mal kurz hier. Ähm, das Problem ist, manchmal hängt die Maus-Sensibilität irgendwie fest in dem Spiel. Ich verstehe nicht, warum. Dann muss man sie kurz umstellen, dann ist sie wieder normal. Die Böse-Gene? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist ja immer nicht cleverer. Super. Jetzt noch ein bisschen Muni. Oh, wahrscheinlich sind wir voll, ne? Ja. Okay. Dann keine Muni. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt. Ich brauche keine Unterstützung. Nein. 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 Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nassana-Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie. Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. ich habe ihnen nichts mehr zu sagen erschießen sie mich ruhig meine leute sind gleich da hinten die machen sie dann sowas von fertig ich hoffe sie können fliegen ja gut ich bin ja eigentlich netter deswegen gucken wir mal ob es ich sag mal so manchmal also in vielen fällen ist es so dass man wenn man wenn man eigentlich böse ist man sehr viele nervige sachen umgehen kann aber es ist halt moralisch ein bisschen fragwürdig und wenn man eher so nett ist dann ist das moralisch nicht fragwürdig sondern moralisch eigentlich voll gut aber man stellt sich nervigen situationen meistens zumindest und ja gut komm ist eine kleine information des wert dass man dafür stellt ist nasana es wert nein wohl nicht okay also gut mein letzter stand ist dass der attentäter auf dem mezzanin war aber die teams auf der brücke dachten auch sie hätten ihn gesehen genau weiß es keiner verschwenden sie von hier schon er schuldet ihnen was jeder andere hätte ihn getötet maus sensibilität das ist wenn ich mal es schaffe irgendwie im back zu fixen also wir hatten ja einmal diesen back der maus das ist so rum ruckelt das habe ich jetzt irgendwie fix in dem sinne das ist einfach automatisch weggegangen ist das plötzlich und jetzt habe ich diesen fehler dass die maus sensibilität nach cutscenes einfach wieder kaputt geht und nicht dann einmal in option dass wir umständen muss das ganz komisch jetzt richtig und es ist falsch mehr ist richtig okay erst ganz merkwürdig ja gut wir haben jetzt hier die brücke finden nur hoffentlich war das ganz clever von uns und nicht dass der typ noch irgendwie sagt so also bereits aber wahrscheinlich wird passieren weiß das was dann geht ne ist praktisch überall wir haben von mehreren etagen berichte über ihn wir glauben er geht durch die lüftungsschicht das glauben werden sie nicht bezahlt finden sie sofort als nächstes wird sie uns den hunden zum fraß vor wenn man nachkampf wie viel ja was soll das ok um meiner zahler höre ich doch ich fürchte ihre männer können im moment nicht antworten das sahne eine waffe präzisionsgebär im minus 97 wiper erhalten und mit der können die waffe nutzen ja cool die eine die ich mit habe nicht aber zumindest können zwei dazwischen mit ihren genutzen diese waffe nutzen aber und nein das habe ich das ausgerüstet war hier dieses präsentionsgewehren das ist ja es ist ein sniper eigentlich gar nicht so schlecht oder gucken vielleicht spielt man ja irgendwann mal damit noch eigentlich ist ganz cool aber die situation die wir haben gegeben das einfach nicht so ganz wert aus der verlieben einen kampf wo wir diese eine raumschöpfung da war ganz geil weil hier ein netter bringt das nix ja das sind probleme aber ich hab dich auf dem schirm kann man dadurch ne vergiss den sprengstoff er ist schon an uns vorbei das war vielleicht ein bisschen doof nein ja händest du so gedacht habe hightech waffen dabei und man muss ein bisschen warten sie kommt noch nicht wieder ist dass der kampf noch nicht vorbei dahin scheiße du hast panzer und darunter das dagegen ist natürlich genau diese waffe zufälligerweise nicht effektiv mega mit einer sniper aus minimaler entfernung wenn man eher die man spielt nicht mehr sniper wenn man währenddessen man genau gegenüber der person steht die panzer ist ja hier schon weg wollte mal ein bisschen abwechslung hier zeigen mit den waffen hat sehr gut geklappt das könnte nützlich sein was wir können ja gut äh na 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 aber hier ja und aber da ja wir wurden entdeckt wollen wir das an die 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 11. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 20. 18. 20. 21. 22. Da habe ich wieder was. Blöd, ne, wenn man Waffen hat, die so gut sind. Oh nein, der hat ein Geld erkennbar. Okay, oder Ganatenwerfer, was auch immer das ist, das ein bisschen, ein bisschen Kacke. Ah, fuck. Oder was auch immer für Roboter da oben sind. Oh, die Kamera spielt hier ein bisschen verrückt. Ja, das ist echt nicht geil. Warum hier kann man nicht zumindest abschieben? Ich liebe dieses Gewehr. Ich liebe dieses Gewehr. Ne, der ist erledigt worden. Mein, wie ist die da hochgekommen? War hier? Was ist das? Das ist mir schon mal erledigt. Ich bin endlich fertig, verdammt. Komm her. Komm her. Häng dich. Geht nicht. Ne, falsche Wache. ja super ja damit haben wir den bereich hier kommt jetzt geklärt ohne probleme würde ich mal sagen dann machen wir beim nächsten mal weiter also zum nächsten mal hot rein tschüss